Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Vidal, Müller, James, Komen, Ribery, Lewandowski, Trainer, Heinkes, Borussia, Dortmund, Bürki, Toljan, Toprak, Sokrates, Schmelzer, Weigel, Jamulenko, Kagawa, Guerrero, die den zuletzt in der Bundesliga wieder aufstrebenden Gästen Sicherheit geben sollte, doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht gegen die angriffslustigen Bayern, die kurzfristig auf den grippekranken Mats Hummels verzichten mussten, standen zu weit weg von den Bayern erst als die Hausherren etwas vom Gas gingen und Stöger in der Abwehr auf eine Viererkette umstellte, fanden die Gäste besser ins Spiel fast, wären die Bayern sogar für ihre anfängliche Nachlässigkeit bei der Chancenverwertung bestraft worden. Kam der Cubsieger der Vorsaison in der Offensive immer öfter zum Zug und so wurde es tatsächlich noch einmal spannend, Shinji Kagawas Flanke drückte Jamulenko per Kopf ein. Der zuvor kaum geforderte Bayern-Torwart Sven Ulreich war machtlos, jetzt wanken die Gastgeber. Doch der eingewechselte Alexander Isaac vergab in der Nachspielzeit die große Ausgleichschance für den BVB-Quelle NTV.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017